Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Herr Kölkelhaus, Sie sind ja ein Unternehmen, was viele, viele Menschen braucht. Nun wissen wir alle, die Gesellschaft wird älter, wir kriegen mehr Rentner, weniger Arbeitskräfte. Wie wollen Sie das lösen, wenn Sie nicht mehr genug Menschen kriegen, die für Sie arbeiten? Ja, eins der wesentlichen Themen, was wir auf unserem Trendradar haben, ist das Thema Robotics und Automation. Das bedeutet, hier sagen wir, dass diese Technologie notwendig ist. Wenn wir heute mal so ein typisches Warenlager sehen weltweit, dann sind 80 Prozent dieser Warenlager rein manuell betrieben. Das bedeutet, hier brauchen wir Technologie, um auch der gewachsenen Nachfrage gerecht zu werden. In der Vergangenheit haben wir hier Roboterlösungen gesehen, die immer in einem Käfig drin sein mussten und nicht mit Menschen zusammenarbeiten durften. Hier hat sich viel getan, technologisch, sodass wir heute viel mit kollaborativen Robotern arbeiten können. Das bedeutet, der Mensch arbeitet nicht gegen eine Maschine, sondern der Mensch arbeitet mit einer Maschine. Der Roboter als Kollege, wie habe ich mir das denn dann fortzustellen? Klassisches Beispiel, wenn Sie einen Kommissionierungsvorgang haben, ein Produkt zu identifizieren, das können Sie immer noch am besten mit Ihren Augen. Produkt zu greifen können Sie auch immer noch am besten mit Ihrer Hand. Aber schwere Waren hinter sich herzuziehen, das müssen Sie nicht mehr selbst machen. Da kann Ihnen ein Roboter helfen. Das bedeutet so ein Follow-me-Bot oder ähnliche Lösungen, die wir da schon im Einsatz haben. Die können hier helfen, unsere Mitarbeiter von den, ich sage mal, sehr schweren Tätigkeiten auch zu entlasten. Das wird sehr interessant in der Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank.